Der ViewMedic EVC 424, der Rhein Medical GmbH mit Hauptsitz in Deutschland, ist ein medizinischer Multimodalitätenmonitor mit einer Bildschirmdiagonale von 24 Zoll. Durch das High-End-Panel bietet der Monitor eine brillante sowie authentische Bildwiedergabe. Die WUXGA-Auflösung bietet sowohl eine native Darstellung von Full-HD-Endoskopie-Bildern als auch eine 1-zu-1-Darstellung typischer 2-Megapixel-Pax-Bilder. Somit eignet sich der Monitor für alle medizinischen Einsatzszenarien und das auch im patientennahen Bereich, dank Einhaltung der medizinischen Normen EN 60601-1 und EN 60601-1-2. Die Verfügbarkeit des DICOM-Preset und verschiedener Gamma-Kurven gewährleistet eine zuverlässige Darstellung und Bildcharakteristik. Zudem erfolgt die Stabilisierung der Hintergrundbeleuchtung durch die Verwendung neuer Controller mit Backlight-Stabilisierung. Ein Sensor misst kontinuierlich die Helligkeit und gewährt langfristig stabile Luminanz. Mit der Bild-in-Bild-Funktion lassen sich zwei verschiedene Signalquellen gezielt ineinander einbinden oder gleichberechtigt nebeneinander darstellen. Die umfassende Auswahl an digitalen und analogen Videoanschlüssen stellt einen direkten Anschluss und optimale Bildqualität sicher. Die Bedienbarkeit wird mittels Schnellzugriff durch separate Auswahltasten für Signalquellen und Benutzerprofile erleichtert. Sämtliche Geräteeinstellungen lassen sich im Benutzerspeicher festlegen und leicht abrufen. Rhein Medical. We make your e-health come alive.